Die Romantik ist eine der wichtigsten Literatur- und Kunstüpochen der Geschichte. Was sich alles hinter der Romantik verbirgt, erfahrt ihr nach dem Intro. Das Wort Romantik leitet sich von dem lateinischen Wort Romanz ab, was auf Deutsch so viel wie Volkssprache bedeutet. Romantik meint das Wunderbare, Exotische, Sinnliche und Schaurige. Die Romantik umfasst sämtliche Künste, sowie Wissenschaft und Philosophie bis hin zur Politik. Die Bewegung existierte von 1793 bis 1850 in Europa und von 1793 bis 1830 in Deutschland. Somit fand sie kurz nach der Französischen Revolution statt. Die Romantik ist eine kulturelle Bewegung, die im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Europa entstand. Die Ursprünge der Romantik liegen in der Reaktion auf die Aufklärung und die Französische Revolution, sowie dem Wunsch nach einer emotionalen und individuellen Kunstform, die sich gegen die klassizistische Ästhetik und den Fokus auf Vernunft und Rationalität wenden. Die Romantik kann in drei Phasen unterteilt werden. Erstens, die Frühromantik. Diese Phase begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts und war geprägt von einer Abkehr von der klassizistischen Ästhetik und einer Hinwendung zu einer emotionalen und individuellen Kunstform. Die Frühromantik war auch von einer romantischen Sehnsucht nach Natur und dem Mittelalter geprägt. Zweitens, Hochromantik. Diese Phase begann um 1800 und war gekennzeichnet von einer intensiven Beschäftigung mit Gefühlen, Mystik und dem Übernatürlichen. Die Hochromantik war auch geprägt von einer politischen Radikalität und einem Streben nach Freiheit und Gleichheit. Drittens, Spätromantik. Diese Phase begann um 1850 und war gekennzeichnet von einer Abkehr von der politischen Radikalität der Hochromantik und einer Hinwendung zu einer introspektiveren Kunst, die sich auf die individuelle Seele und die inneren Empfindungen konzentrierte. Die spätromantische Kunst war auch von einem kritischen Blick auf die moderne Gesellschaft und ihre Werte geprägt. Die historischen Hintergründe der Romantik umfassen sowohl politische als auch kulturelle Faktoren. Die französische Revolution und die Kriege Napoleons brachen politische Veränderungen und Unruhe mit sich, die eine Sehnsucht nach Stabilität und Geborgenheit auslösten. Außerdem führte die wissenschaftliche und industrielle Revolution zu einer Veränderung der Gesellschaft und einem Verlust traditioneller Werte und Strukturen. Die Romantik reagiert darauf mit einer Rückbesinnung auf das Mittelalter und die Natur sowie einer Betonung von Emotion und Kreativität. Eine weitere Inspiration fand die Bewegung der Volkskultur in den Nationalmythen verschiedener Länder. Die Philosophie der Romantik war geprägt von einer Kritik an der Aufklärung und ihren rationalistischen und universalistischen Idealen. Romantiker sahen in der Vernunft eine begrenzte Kraft und betonten stattdessen das Individuum, seine Emotionen und Kreativität. Sie befürworteten eine intuitive und spirituelle Erfahrung der Welt und betonten die Bedeutung der Natur, der Kunst und der Geschichte. Einige wichtige Philosophen der Romantik sind Jean-Jacques Roussaint, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Friedrich Schlegel. Fassen wir jetzt alles nochmal zusammen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Romantik eine bedeutende kulturelle Bewegung war, die einen neuen Blickwinkel auf Kunst, Literatur, Musik und Philosophie brachte. Die Romantiker betonten das Individuelle, Emotionale und Kreative und brachen damit mit den traditionellen Werten der Auferklärung und des Klassizismus. Die Romantik beeinflusste nicht nur die Kunst und Kultur, sondern auch die politischen Ideen und das Selbstverständnis der Menschen. Bis heute hat die Romantik einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne Kultur. Die Romantik ist eine wirklich spannende Epoche. Was sind deine Gedanken dazu? Gerne in die Kommentare. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Freut uns sehr. Bis bald. Und Peace out! Und der Geschichte. Einige wichtige Philosophen der Romantik sind Jean-Jacques Roussaint, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Friedrich Schlegel. Ja, ich練iere euch. ились Relpciónste King Roussaint, Friedrich Wilhelm Schelling. Jesaja drinnen. Span технологische Musik. se